Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Deo Minecraft. Ich habe euch mal diese Geheimtür gezeigt in einem meiner letzten Videos, die durch Redstone an und aus geht, wie man sieht. So, und da habe ich ganz primitiv hier einen Schalter benutzt. Allerdings möchte ich euch heute eine Möglichkeit zeigen, wie man diesen Schalter verstecken kann. Wie ihr sozusagen einen versteckten Öffnungsmechanismus machen könnt. Und seht ihr hier irgendwie eine Möglichkeit, die Tür zu aktivieren? Natürlich nicht. Und ich kenne die Möglichkeit. Und zwar gehen wir in diese Ecke, gehen wieder raus und wir sehen, die Tür hat sich geöffnet. Wir gehen nochmal in die Ecke, gehen wieder raus und wir sehen, die Tür schließt sich. Meine Güte, ist das Magie? Nein, ist es nicht. Die Technik dahinter ist sehr leicht und ich zeige euch heute, wie es geht. Das soll jetzt unsere Ecke sein. Und zunächst fangen wir an, dass wir nun diese Ecke erstmal ausgraben. Bis auf den letzten Block hier unten, wo wir eine Schiene reinlegen. So, je nachdem in welche Richtung jetzt die Schiene guckt, bauen wir das entweder, was ich jetzt gleich baue, in die Richtung. Oder wenn sie in die Richtung guckt, in die Richtung. Alles klar, soweit? Juhu, weiter geht's. Als nächstes bauen wir eine Powered Rail. Dann bauen wir einen Knopf. Dann bauen wir wieder eine Powered Rail. Wir gehen jetzt einen Block nach oben, setzen auf die Wallen einen Block, dann wieder einen Block und so. Unsere Wand sollte natürlich dann noch dementsprechend höher sein, denn es ist wichtig, dass hier ein Block ist. Wäre hier kein Block, würde das Minecraft da drüber irgendwie glitschen. So, zu guter Letzt müssen wir noch hier das Ganze so bauen. Am besten das Video anhalten und so kopieren. Jetzt noch hier, 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 hier und hier. So eine, ähm, ja, Powered Rail hinlegen und diesen Block wegmachen und da eine Redstone Fackel hinlegen, damit beide gepowert werden. Und dann noch hier eine Redstone Fackel hinhängen, damit diese hier aktiviert wird. So, das wäre schon mal der Grundmechanismus. Wenn jetzt ihr euch in diese Ecke stellt, was passiert? Man hat so ein bisschen gesehen, ich mach's mal von der Seite. Ihr schiebt das Minecart an. Das Minecart fährt hier hoch und fährt wieder zurück und geht dabei über diesen Knopf. So, aber die Tür blieb ja offen und ging dann nicht einmal kurz an, äh, also auf und wieder zu. Sie soll ja dann offen bleiben, bis ich das normal berühre. Also müssen wir jetzt noch eine Schaltung hier einbauen. Die bauen wir wie folgt. Wir bauen ein Redstone zur Seite. Dann bauen wir, gehen, legen wir einmal an den Boden, setzen dort einen Stickerpisten nach oben guckend hin. Ein Block da drauf, dann brauchen wir einen Repeater. So, ich gucke mal, was ich jetzt nicht mehr brauche. Das brauche ich nicht mehr. Setzen den so hin. Dann einen Stickypisten, egal in welche Richtung und einen Redstone-Block davor und fertig. Was passiert ist, jedes Mal, wenn das Ding nun aktiviert wird, wird der Block nach vorne geschoben oder wieder zurückgeschoben. Ihr seht, zack, der Block ist jetzt da. Und wenn ich jetzt das Minecart aktiviere, zack, geht der Block wieder zurück. Warum? In den Pisten läuft ein ganz kurzer Impuls. Und der ist so kurz, dass ihr seht, wenn er lange reingeht, geht er rauf und runter. Aber wenn der Impuls richtig kurz ist, dann lässt der Pisten den Block sozusagen hier los. Und wenn er nochmal richtig kurz ist, geht er wieder rein. Und dieses Teil hier sorgt dafür, dass der Impuls richtig kurz wird. Jetzt müsst ihr nur noch hier an dieser Stelle euer Redstone-Signal abzweigen. Das könnt ihr dann irgendwo hinführen, wohin wollt. Ich mache das jetzt mal einfach ganz analog mit so einer Lampe. Und ihr seht, ich gehe in die Ecke, die Lampe geht an, ich gehe nochmal in die Ecke, die Lampe geht aus. Und bei dieser Schaltung hier, selber ist ein Block hier, an dieser Stelle, Strom läuft in die Tür, die Tür ist zu. Und wenn ich jetzt hier reingehe in die Seite, zack, Strom läuft rein, die Tür ist offen. Das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Ziemlich cooles, praktisches Design. Falls ihr jetzt noch von innen drin die Tür irgendwie wieder zu machen wollt, dann könnt ihr ganz simpel einen Knopf bauen. Das mache ich jetzt auch einmal, zeige euch das jetzt. Wie ihr den verkabelt, ist dann euer Problem. So, und den Knopf, wohin verbinden wir den? Den verbinden wir... Na, den solltet ihr in diesen Block laufen lassen, wo diese Detection Minecart-Rail drauf ist. Genau so muss das. Und in diesen Block muss der reinlaufen. Das heißt, bei uns müsste das dann so aussehen. So, und das müsst ihr dann noch irgendwie elegant an euren Knopf bringen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich drücke auf den Knopf und ihr seht, die Tür schließt sich. Ich drücke nochmal drauf, die Tür öffnet sich. Alle sind glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war es auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert, wenn ihr weiterhin keine Folgen verpassen wollt. Und bis bald. Ciao, Leute.